Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Tag, Robert. Deine Schwester ist im Büro. Ich wollte nicht zu Luise. Ich wollte mit dir sprechen. Mit mir? Luise hat mich gebeten. Ich konnte ihr das nicht abschlagen. Worüber? Wirst du mit mir sprechen? Das wirst du schon wissen. Keine Ahnung. Tu mir den Gefallen, Jakob. Nur ein paar Minuten. Luise wird mich fragen. Dann komm. Luise sagt, du hast eine Geliebte. Wahrscheinlich eine von euren Kellnern. Luise ist unwahrscheinlich gekränkt oder unglücklich. Kannst du dir ja wohl vorstellen. Sie sagt, sie weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Das weiß ich auch nicht, Robert. Das ist doch keine Antwort, Jakob. Das ist ein Wissen. Kannst du dich aufhören mit der Geschichte mit dieser Kellnerin? Die Kellnerin ist doch gar nicht so wichtig. Ja, wenn sie nicht wichtig ist, dann kannst du doch einfach Schluss machen. Mehr will doch Luise gar nicht. War es das jetzt? Ja, das war es. Ich sagte das nur, weil Luise mich drum gebeten hat. Entschuldige, wenn ich mich da rein mische. Mach dir keine Sorgen. Luise sagt, du hast dich ungeheuer verändert. Du bist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Eiskalt. Gut. Ihr seid jetzt zehn Jahre verheiratet. Glaub mir, ich verstehe das. Da kühlt die Liebe ab. Das ist ganz natürlich. Aber wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann nicht ein bisschen liebenswürdiger sein? Entschuldige, wenn ich dir diesen Rat gebe, aber dann würden doch eure häuslichen Schwierigkeiten mit einem Schlag beseitigt sein. Und das kostet ja wohl nicht viel. Dann trägst du jetzt am besten was. Tja, ein Bier könnte wohl jetzt nicht schaden. Hat sie dir jetzt ihren Bruder auf den Hals geschickt? Sag mal, hättest du Lust am Sonntag zu einem Skatspiel? Sonntag? Jo, warum nicht? Sagst du dem Kessler gescheit? Ich glaube, der hat was vor Sonntag. Soll ich mich kümmern um den dritten Mann? Nein, lass mal. Sag mal, Robert, du spielst doch auch Apazoska. Naja, schon, aber nicht besonders gut. Ist die Zeit am Sonntagvormittag, so gegen 10? Ja, gut. Bei dir zu Hause? Nein, hier. Am Sonntag ist ja Ruhetag da. Da sind wir ungestört, uns zu essen und zu trinken, aber auch halt so bis Sonntag. Ja? Bis Sonntag. Spargel, italienische Occhi, Parmesan, Tomatendürfel, geschmolzener Butter, Spargel, Das ist nicht ein Stern. Ich hole dir den Autoschlüssel. Vor allem in Hasselbach. Ist das nicht ein bisschen albern, andauernd, diese Kriterien rauszuschicken? Hat mein Bruder mit dir gesprochen? Ja. Er trinkt gerade ein Bier. Ist das alles, was du dazu sagst? Ja. Seit Tagen holst du dir den Autoschlüssel. Wohin fährst du? Im Moment ist doch gar nichts zu erledigen. Du bekommst den Schlüssel nicht. Ihr Wagen steht hier, Herr Lobach. Irgendjemand hat Sie auf Ihren Parkplatz gestellt. Ich habe den Eindruck, Luise, dass er es sich zu Herzen genommen hat. Er weiß doch, was er aufs Spiel setzt. Hat er dir gesagt, wer es ist? Nein. Aber es ist eine von meinen Kellnerinnen. Ja. Die schmeiß ich raus. Er sagt, die sei ihm nicht so wichtig. Aber wer ist es? Frau Lobach? Ja, hier ist Frau Lobach. Haben Sie ein Wochenendhaus in Forstenried? Ja, was ist damit? Wer sind Sie? Fahren Sie da mal am Sonntagvormittag hin. Da werden Sie eine Überraschung erleben. Was für eine Überraschung? Ihr Mann wird dort sein. Mit seiner Freundin. Hallo. Hallo! Willst du mir nicht sagen, wo du warst? In der Stadt. Jakob. Wir haben sicher keine schöne Zeit zusammen. Was meinst du? Meinst du nicht, dass wir einen Versuch machen sollten? Zu einem normalen Verhältnis zurückzufinden? Das halten wir doch beide nicht aus. Was stellst du dir vor? Wollen wir nicht am Sonntag rausfahren? Einen Ausflug machen? Nach Salzburg oder Kufstein oder am Bodensee? Was hältst du davon? Tut mir leid, am Sonntag habe ich schon was vor. Was hast du denn vor? Ich habe mich zum Skatspielen verarbeitet. Ich habe mich zum Skatspielen verarbeitet. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Nein, der Chef ist schon da. Er telefoniert gerade. Hallo Alfred, ich rufe ihn gerade noch mal zu Hause an, aber er meldet sich nicht mal. Hat deine Frau nicht gehen lassen? Ja, aber ungern. Ich habe ihr gesagt, ihr spielt mit dem Chef. Das ist so gut wie Dienst. Und außerdem gibt es frei Bier. Sam! Hey, komm, ich verstehe schon. Die Herren möchten ja schon mal ein Bier. Bin schon dabei. Ja, hast du einen dritten Mann? Da kommt er, mein Schwager. Da bist du ja. Ich dachte, hoffentlich hat er es nicht vergessen. Nein, aber ich muss noch mal betonen, ich spiele nicht sehr gut. Gut spiele ich auch nicht. Am besten spielt der Chef. Der überlebt jede Karte, die er ausspielt. Was macht denn deine Frau heute? Die wollte heute in unser Wochenendhaus. Frühjahrsputz. Guten Tag, Frau Lobach. Ja, guten Tag, Herr Lechner. Das war es mit Ihrem Wagen. Nein, nein. Haben Sie den Wagen von meinem Mann heute schon gesehen? Nein, aber es muss jemand da sein. Ich habe gestern Abend schon Licht gesehen. Ja, was machen Sie denn heute im Wald? Die Waldschäden, Frau Lobach. Dauernd heißt es Bestandsaufnahme machen. Schönen Tag noch. Wie spät ist es denn eigentlich? Zwei Uhr. Zwei Uhr? Wollen wir ein Schluss machen? Ja, von mir aus gerne. Ja. Dann will ich mal zusammenrechnen, wie die Sache ausgegangen ist. Es tut mir leid, Jakob. Ich habe nicht gut gespielt. Ich spielte ja keine Rolle. Hast du noch was vor heute? Ja, Lisbeth war da doch nicht. Ich muss den Vorschlag. Fahr mit mir nach Hause. Du musst Lisbeth an. Was er auch kommt, den machen wir am Familientag. Ist Louise nicht unterwegs? Sie könnte eigentlich auch schon wieder zu Hause sein. Na gut. Sieht aus, als haben wir Besuch. Wollen Sie zu Lobach? Ja, ganz recht. Ich bin Lobach. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei. Sagen Sie bitte Ihre Frau. Ist das Luise Lobach? Ja, ist was passiert? Darf ich fragen, wer Sie sind? Das ist mein Schwager, der Bruder meiner Frau. Was ist denn los? Es tut mir sehr leid, Herr Lobach. Ihre Frau ist tot. Sie ist ermordet worden. Sie wollte in unser Wochenendhaus, Frühjahrsputz. Dort, dass Sie ermordet waren? Tja, das Wochenendhaus war rückstwahrscheinlich nicht abgesperrt. Nicht abgesperrt? Nein, weil bereits vor ihr einer im Haus war und der hat Ihre Frau erwürgt. Wie wurde die Tat entdeckt? Offenbar ziemlich schnell. Meine Frau ist etwa gegen zehn losgefahren. Es ist es drei. Es gibt einen Zeugen. Einen Zeugen? Einen Forstarbeiter, ja. Der noch kurz vorher mit Ihrer Frau gesprochen hat. Er hat einen Mann wegrennen sehen. Einen Mann wegrennen sehen? Ja. Und das hat diesen Forstarbeiter stutzig gemacht? Da ist er ins Haus und fand Ihre Frau. Ein Forstarbeiter? Es gibt einem Heere. Ich kenne Sie alle, weil wir haben das Wochenendhaus seit zehn Jahren. Wer war es denn? Der heißt Lechner. Aha, der Lechner. Konnte er den mal beschreiben? Ungefähr. Aussehen, Größe, Kleidung? Sagt ja ungefähr. Dann haben Sie Anhaltspunkte. Wie schätzen Sie die ein? Ja, wir hoffen, dass die uns natürlich weiterbringen. Sie können uns nicht helfen, was? Wie denn? Wie sollte ich das? Sagen Sie, Sie haben das Wochenendhaus doch nicht vermietet. Vermietet? Ja, weil man in der Nacht zuvor dort Licht gesehen hat. Wir vermieten doch unser Wochenendhaus nicht. Da hat sich jemand unerlaubt Zugang verschafft. Ist was geschoben worden? Nee, das konnten wir bis jetzt noch nicht feststellen. Das ist ja am besten, Sie schauen sich das Ganze mal an. Ja, natürlich, selbstverständlich. Sollte mein Schwager nicht auch mitkommen? Du hast doch Zeit. Na ja, natürlich. Müsste ich Lisbeth anrufen. Natürlich, ruf sie an. Ja, ruf nur seine Frau. Ich bin hier im Haus von Luise. Lisbeth, Luise ist ermordet worden. Hat er sie umgebracht? Wer? Wen meinst du? Wen ich meine? Jakob. Hat Jakob sie umgebracht? Nein, nein, nein. Sie wurde im Wochenendhaus umgebracht. Ich wollte nur sagen, ich fahre jetzt mit Jakob und der Polizei ins Wochenendhaus. Ja, ich melde mich wieder. Das Telefongespräch eben mit dem Schwager war ganz interessant. Ja. Als er seiner Frau sagte, dass ihre Schwester ermordet worden ist, da sagte sie, sie muss ganz spontan etwas gesagt haben. Was sagte er darauf? Sofort, eigentlich ohne nachzudenken. Nein, nein, nein. Sie wurde im Wochenendhaus umgebracht. Ja, das, hier ist alles in Ordnung. Fernseher, Radio, alles da. Aber was ist das denn? Das ist ja alles ganz dreckig. Es sind überall Fingerabdrücke genommen worden. Ich verstehe. Im Schlafzimmer? Ja. Die sind noch da? Nein, die Tote wurde schon weggebracht. Guten Tag, Herr Lobach. Mein Ballet. Ich danke Ihnen. Ich höre, Sie haben den Täter gesehen. Ja. Sie haben der Polizei ja schon alle Angaben gemacht. Ja, es ist alles aufgenommen worden. Sie konnten den Mann ziemlich gut beschreiben, habe ich gehört. Ja, einigermaßen. Ich denke, ich kann dann losfahren, oder werde ich noch gebraucht? Nein, Sie können losfahren. Ja, komm bitte. Also, was haben wir bis jetzt? Fassen wir einmal zusammen. Eine Frau besucht ihr Wochenendhaus und wird dort von einem Mann getötet. Der nicht dort gewohnt hat? Es ist ja nichts benutzt. Kein Geschirr. Außer das Bett. Ja, auf dem er nur gelegen hat. Es kann auch kein Einbrecher sein. Weil er nicht gewaltsam eingedrungen ist. Die Fenster waren verschlossen. Die Tür, die zeigt kein Zeichen von gewaltsamem Öffnen. Es sieht so aus, als habe der Mann einen Schlüssel gehabt. Ja, außerdem ist ja nichts weggekommen. Überhaupt nichts. Der Täter hat auf sein Opfer gewartet, was wiederum bedeutet, dass er ganz genau gewusst haben muss, dass das Opfer auch kommt. Dann haben wir es mit einem besonders hinterhältigen Mord zu tun. Ja? Ich bin's, Greta. Ich bin schon fertig. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Ich muss dir etwas mitteilen, Greta. Es ist etwas passiert. Was ist passiert? Luise ist in unserem Wochenendhaus ermordet worden. Was ist sie? Sie ist erwirkt worden. Erwirkt? Der Täter ist noch völlig unbekannt. Mein Schwager war gerade bei mir. Du weißt, wir haben heute Vormittag Skat gespielt, als die Polizei kam. Du verstehst es, ich jetzt nicht zu dir kommen kann. Wir sehen uns morgen. Wie ist denn das passiert? Ich hab dir doch gesagt. Sie wollte in unser Wochenendhaus. Frühjahrsputz. Die Tür war unverschlossen. Wahrscheinlich. Irgendjemand hatte sich Einlass verschafft. Irgendjemand, den sie überrascht hat. Und in der Panik, möglicherweise, hat der Luise erwirkt. Wann ist das passiert? Während wir Skat gespielt haben. Greta? Ja? Kommst du gleich mal zu mir? Morgen. Morgen. Sie haben schon gehört, was passiert ist? Ja. Sie werden jetzt was mehr zu tun haben. Jetzt, aber Sie kennen sich auch aus. Ja. Ich kenne mich aus. Ja? Wohin wollen Sie da? Soll ich nicht wieder hinausgehen? Ja, gehen Sie im Moment hinaus. Entschuldige, dass ich gestern nicht mehr gekommen bin. Ja, das verstehe ich doch. Wie hat sie denn umgebracht? Niemand weiß es. Die Ermittlungen sind im Gang, aber... Es gibt keine Anhaltspunkte oder nur... Sehr wenige. Du könntest zu mir ins Haus ziehen. Nach und nach ziehst du um. Packst deine Sachen und kommst zu mir. Wäre das nicht... Wäre das nicht ganz falsch? In diesem Augenblick? Auf wen dürfen wir den Rücksicht nehmen? Wenn Sie nicht zu uns gekommen wären, dann wäre ich zu Ihnen gekommen. Er hat sie umgebracht. Er, Lobach war es. Das kannst du doch nicht sagen, Lisbeth. Weißt du denn, dass sie mich gestern früh noch angerufen hat? Sie sagte, Lisbeth, er will mich umbringen. Er hat sie aber nicht umgebracht. Wenn er es nicht war, dann hatte sie umbringen lassen. Um Gottes Willen, Lisbeth. Ich bleibe dabei. Jemand hat es getan für ihn, in seinem Auftrag. Er steckt dahinter, ich schwöre dir das. Was Sie davon halten, das ist mir gleichgültig. Also die Ehe war schlecht? Die Hölle war es. Die reine Hölle. Er hat sie betrogen, wo er nur konnte. Hat er nicht jetzt wieder ein Verhältnis mit einer Kellnerin? Ja, schon. Er war völlig gefühllos. Sie sagte, Lisbeth, er hat sich verändert. Er ist völlig gefühllos geworden. In seiner Gegenwart er frerig. Ich bekomme Angst. Ich kann nicht mehr atmen. Ja, ja. Ja? Guten Tag, Herr Robert. Grüß Gott. Was sagst du, Herr? Wie ist es über Ausfall, Herr Hasselberg? Guten Tag, Frau Hasselberg. Gibt es denn etwas Neues? Haben Ihre Ermittlungen etwas ergeben? Entschuldige, warte, ich lass mich. Darf ich Ihnen was zu trinken? Nein, 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 danke. Ja, nein, nein, es gibt nichts Neues. Wissen Sie, wir ermitteln halt noch und Ihre Ehe, die war nicht sehr glücklich, was? Nein, das war sie nicht. Was ja nichts Besonderes ist. Viele Ehen, die nicht glücklich sind. Meine auch nicht. Wer hat darüber gesprochen? Ihre Schwägerin. Ah, Lisbeth. Keine besondere Freundin von mir. Sie würde mich gern für den Mörder halten, wenn sie könnte. Keine Sorge, sie tut es. Gestern früh habe ich Ihre Frau Sie noch angerufen und zu ihr gesagt, mein Mann will mich umbringen. Wissen Sie, dass sie fast recht hat? Unsere Ehe, die war zur Qual geworden für Sie, für mich. Bedenkt man natürlich daran, was der Tod ändern könnte. Der Tod schafft eine völlig neue Situation. Und darüber haben Sie mit Ihrer Frau gesprochen? Nein. Ich habe ihr gesagt, ich habe darüber nachgedacht. Viele Leute in ähnlicher Situation denken doch, was wäre, wenn sie tot wäre? Was wäre, wenn er tot wäre? Sie haben eine Freundin? Ja. Eine Kellnerin hier im Lokal. Mit der Sie zusammenleben möchten, nicht? Ich habe Sie gerade gebeten, zu mir ins Haus zu ziehen. Und? Wird Sie es tun? Ich denke doch. Ja, ja, noch eine andere Frage. Diese Gaststätte gehört Ihrer Frau? Ja. Und jetzt gehört sie Ihnen? Ja. Ich verstehe durchaus, was Sie meinen. Eine unglückliche Ehe. Eine Geliebte. Eine Erbschaft. Sie würde mich auch gern für den Mörder halten. Ein Moment mal. Wir halten grundsätzlich niemanden für einen Mörder. Wenn unsere Arbeit beendet ist, dann wissen wir, wer der Mörder ist. Aber ich bin es nicht. Herr Probar? Ja. Kriminalkolizei. Können wir Sie mal kurz sprechen? Ja, ich, was ich habe hier. Übernimm du mal für mich. Tisch drei. Wo können wir hingehen? Ja, wir haben da einen Offenheitsraum. Na gut, kommt. Sei gut. Herr Probar, Sie haben gestern Morgen mit Ihrem Chef Skat gespielt, nicht? Ja, ja. Spielen Sie öfter miteinander Skat? Ja, ab und zu, nicht regelmäßig. Und Sie haben hier gespielt, hier in dieser Gaststätte, nicht mal? Ja, hier im Lokal, da ist ja geschlossen sonntags. Ja, ja. Wann kam denn eigentlich die Verabredung zu diesem Skatspinnen zustande? Ja, das war am Freitag. Überraschend, nicht? Ja, ein bisschen überraschend schon. Und das ist der Schwager von Lobach, das Delamid von der Partie. Ja, das war überraschend. Das war neu, der war ja sonst nie dabei. Wurde das Wochenendhaus erwähnt? Ja, Herr Lobach sagte, dass seine Frau ins Wochenendhaus fahren wolle. Wie war denn eigentlich das Verhältnis zwischen den beiden? Ach, sauschlecht. Jakob, Terminalpolizei. Ja, ich weiß, die haben waren ja bei mir. Was für Fragen haben Sie die denn gestellt? Na, sagen Sie es, ne? Ja, Sie haben gefragt nach unserem Skatspiel gestern. Ja, die überprüfen mein Alibi. Das wär's, Sie können gehen. Jawohl. Herr Lobach, wir hätten sehr gerne mal mit Ihrer Freundin, dieser Kellnerin gesprochen. Die haben mich jetzt gerade nach Hause geschickt. Ich hab Ihnen ja gesagt... Dass Sie zu Ihnen ziehen werden. So ist es. Geben Sie uns den Namen und die Adresse? Ja, natürlich. Natürlich. Wo haben Sie denn das Bild her? Ihre Frau hat es mir mal gegeben. Ich hab Sie darum gebeten. Ich habe nichts dagegen, dass Sie das Bild da stehen haben. Guten Tag. Guten Tag. Das ist mein Bruder. Ich habe gehört, weil ich meine Schwester sprechen wollte, dass Frau Lobach ermordet worden ist. Und da dachte ich, ich schau mal nach meiner Schwester. Weil es Ihre Schwester ja betrifft. Wieso betrifft es Sie? Ihre Schwester ist ja die Freundin von Herrn Lobach. Ah, so. Ja, ja. Das ist sicher richtig. Aber insofern meine ich, ist es nichts Besonderes. Hat der Lobach Ihnen mal gesagt, dass Sie sich von seiner Frau trennen will? Das hat er gesagt. Gab es da Schwierigkeiten? Wollte Frau Lobach sich nicht scheiden lassen? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Da hat der Lobach nie darüber gesprochen. Hat er nicht zu Ihnen gesagt? Zum Beispiel, was weiß ich, hab noch ein bisschen Geduld. Es wird sich schon eine Lösung finden. Er sagte, es dauert nicht mehr lang. Sie wird schon einwilligen müssen. Wie stehen Sie eigentlich zu Lobach? Sehr gut. Sind Sie miteinander befreundet? Mit Lobach kann man nicht befreundet sein. Warum nicht? Weil er nicht der Typ ist. Mit Lobach kann man nicht befreundet sein. Warum nicht? Weil er nicht der Typ ist. Sie bis in Zeit jetzt? Nicht Zeit. Wozu? Im Moment arbeiten Sie ja so nicht. Was sind Sie denn für ein Beruf? Setzer in einer Zeitungsdruckerei. Seit wann sind Sie arbeitslos? Seit einem Jahr. Oh Gott, gibt es doch kein Arbeitslosengeld mehr. Ersparnisse oder was? Das gibt es doch nicht so viel. Haben Sie Aussicht auf eine andere Stellung? Oh, in meinem Beruf ist es schwer. Hilft Ihnen Ihre Schwester? Wie meinen Sie? Noch finanziell. Das kann sie ja gar nicht. Oder hilft Ihnen Lobach? Lobach? Kennen Sie das Wochenendhaus der Lobachs? Einmal hat es Lobach mir und meine Schwester gezeigt. Er wollte, dass wir es uns ansehen. Hat er den Schlüssel zum Wochenendhaus bei sich gehabt? Natürlich hat er den bei sich gehabt. Das ist gar nicht so natürlich. Wochenendhäuser stehen oft sehr lange leer. Man bittet jemanden, nach den Rechten zu sehen. Der Schlüssel hätte ja irgendwo deponiert sein können. Sie müssen wissen, das ist sehr wichtig für uns. Denn jemand war gestern im Haus und der muss einen Schlüssel gehabt haben. Haben Sie ein Bankkonto? Ja, ich habe ein Bankkonto. Haben Sie die Auszüge da? Können wir die mal sehen? Warum? Wollen Sie die sehen? Sie müssen sie uns auch nicht zeigen, aber das macht natürlich keinen guten Eindruck. Hat Lobach Ihnen Geld gegeben? Erschreibt Sie die Fragen. Ich will daraus gar kein Geheimnis machen. Lobach unterstützt mich. Das tut er seit einem halben Jahr, weil ich sonst nicht zurechtgekommen wäre. Wissen Sie, ich mache mir natürlich auch Gedanken. Ich frage mich natürlich auch, wer hat sie umgebracht? Und da kam mir ganz plötzlich eine Idee. Der Tatbestand ist ganz eindeutig. Ich fühlte mich gebunden an eine ungeliebte Frau und befand mich in einer Beziehung zu einer jungen, einer wesentlich jüngeren Frau, einer Beziehung, die ich gerne legalisiert hätte, was verständlich war. Das Gefühl, gebunden zu sein, nicht rauszukönnen aus der Ehe, ist quälend. Ich habe daraus keinen Hehl gemacht. Niemand ging mir. Rudolf Riemann, der Bruder meiner Freundin. Ich höre, Sie haben ihn kennengelernt? Naja, wir haben ihn kennengelernt. Was für einen Eindruck hatten Sie von ihm? Wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Aufgeregt? Wissen Sie, dass das, was Sie da sagen, meine Befürchtungen bestätigt? Der junge Mann ist ohne Arbeit und dadurch völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Seit einem halben Jahr unterstütze ich ihn. Ich gebe ihm Geld. Ich spreche ihm Mut zu. Ich sage ihm, dass er sich auf mich verlassen kann. Er ist mir dafür ungeheuer dankbar. Eine geradezu überschwängliche Art und Weise, die mir unangenehm ist. Er sagte, er beteuerte geradezu immer wieder, du wirst mir eines Tages mal dankbar sein. Du wirst mir dankbar sein. Und auch Greta. Ihr beide werdet mir dankbar sein. Das bekommt ja nicht jetzt. Makaber Unsinn. Oder sehe ich das falsch? Nein, nein, nein. Das, was Sie da sagen, das ist ungeheuer interessant für uns. Mein Vorschlag. Sagen Sie ihm die Tat auf den Kopf zu. Wenn er leugnet, das wird er bestimmt tun, nehmen Sie ihn mit, das Wochenendhaus. Holen Sie den Lechner. Der hat den Mann ja gesehen und man kann sich dann vielleicht erinnern. Schlecht? Nein. Das ist ein verdammt guter Vorschlag. Herr Lobach, Telefon. Wer ist es denn? Herr Riemann. Riemann. Vielleicht ganz interessant zu hören, was der von mir will. Ja. Gehen Sie mal. Was sagt mir denn zu sowas? Jetzt hat er aber eine Karte ausgespielt. Und was für eine. Auf Wiedersehen, Frau Hasselbach. Wiedersehen. Ich soll Frau Lobach umgebracht haben. Ich! Wie kommen Sie darauf? Lobach brachte uns auf den Gedanken. Er gab uns gute Gründe dafür. Lobach? Ausgeschlossen. Lobach doch nicht. Er sagte, er sei ganz sicher, dass Sie den Mord begangen hätten. Das kann Lobach niemals gesagt haben. Ich war dabei. Ich hab's gehört. Sie hätten gesagt, Sie hätten gesagt, du wirst mir noch dankbar sein. Noch Greta wird mir dankbar sein. Wird mir dankbar sein? Sagte, heute wisse er erst, was Sie damit gemeint haben können. Geben Sie doch zu, dass Sie lügen. Hm. Warum lügen Sie? Machen Sie mal Ihren Kleiderschrank auf. Hallo, Herr Hose. Braune Jacke. Ziehen Sie es an. Wir sind soweit. Sie haben hier gestanden, ja? Ja, so ziemlich genau. Gut, Harry! Sie kommen jetzt aus dem Haus rausgelaufen? Oder haben Sie Angst, hier reinzugehen? Kommen Sie. Und zwar laufen Sie in diese Richtung, auf die Blöcken zu, okay? Sie ist er. Aber er war es doch, Lobach war es doch. Er sagte zu mir, Rudolf, tu es. Tu es für mich. Du bist mir das schuldig. Seit einem halben Jahr kriegst du Geld von mir. Tu es für mich. Für deine Schwester. Für uns. Ich sagte, Jakob, ich kann doch keinen Menschen umbringen. Aber immer wieder sagt er zu mir, tu es für mich. Du bist mir das schuldig. Du bist mir das schuldig. Ich konnte es nicht mehr hören. Wissen Sie, dass ich darauf gewartet habe? Worauf? Dass er das sagen würde? Dass er mich hinstellen würde als den Urheber des Verbrechens? Und wissen Sie, was ich dazu sage? Unsinn. Eine Schutzbehauptung, für die es nicht den Schatten eines Beweises gibt. Wissen Sie, dass Sie jetzt etwas gesagt haben, worauf ich gewartet habe? Registrieren Sie meine Aussage. Herr Hasbach, Sie haben ein Foto von Frau Lobach auf Ihrem Schreibtisch steht. Ja. Mit deinem Trauerflor? Ja. Nun, ich nehme an, Sie mochten Frau Lobach. Ja. Was sagte denn eigentlich Herr Lobach zu diesem Foto auf dem Schreibtisch? Hat er Sie mal daraufhin angesprochen? Ja. Er sagte, es störte nicht. Sie wissen, dass wir den Täter haben? Ja. Herr Lobach sagte es mir. Wurde Riemann zu diesem Mord angestiftet? Ja. Er wurde dazu angestiftet. Am Tag vor dem Mord trafen sich Lobach und Riemann im Büro. Ich wurde hinausgeschickt, wie so oft. Aber ich kann sehr gut hören. Ich hörte, wie Lobach sagte, sie wird morgen im Wochenendhaus sein. Machte ich die Tür auf und sah, wie Lobach den Schlüssel zum Wochenendhaus aus dem Schreibtischfach von Frau Lobach holte. Und ihn Riemann übergab. Würden Sie uns diese Aussage unterschreiben, Frau Hasbach? Ja. Ich will dem Riemann den Schlüssel übergeben haben. Die Haselbach ist ja wahnsinnig. Das stimmt nicht. Ich hätte dem Riemann den Auftrag gegeben, meine Frau zu ermorben. Das hat sie gehört? Die Frau ist wahnsinnig. Aber Riemann bestätigt es. Er sagt genauso was. Der lügt. Das haben die sich aus den Fingern gesogen. Aus den Fingern. Die Haselbach und der Riemann. Da haben sich zwei schwache, zwei Schwächlinge zusammengetan. Mit ihnen. Ich habe zwei gleichlautende Aussagen. Hier sind sie. Unterschrieben. Dagegen komme ich nicht an? Nein, dagegen kommen Sie nicht an. Sie brauchen nicht darauf zu warten, dass ich anfange zu. Zu wimmern, dass ich in die Knie gehe, dass ich weiche Knie kriege. Das passiert nicht. Niemals. Ich habe zu Rudolf gesagt, wenn du mich wirklich so sehr liebst, dann tu mir bitte den Gefallen. Zufrieden jetzt? Ich habe hier gerade die Tatortberichte. Hast du? Die Auflistung der Gegenstände, die die Tote bei sich hatte. Und da befindet sich auch der Schlüssel zum Wochenendhaus. Ihr Schlüssel, den sie in der Tasche hatte. Wie schön, dass wir das jetzt nicht mehr wichtig nehmen müssen. Wir haben sein Geständnis.